Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Volcanoids Wir sind zurück in unserem Superbohrer Der wunderschöne Bohrkopf, so wir haben die beiden Upgrades fertig Ich hab gesagt wir machen das ohne euch fertig Weil es zu lang gedauert Dann holen wir die mal, die beiden Schmuckstücke, die Upgrades Für die Panzerung und die Kette und dann fahren wir ins neue Gebiet Auf entferne Möglichkeiten Des vollkommenen Schönseins So wir machen jetzt hier nochmal Die Dings machen fertig, so Oh yeah Oh yeah Kontaktieren So, nutzen sie die Zielauswahl 23 bis 26 Okay Und Warte mal Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir doch mal lieber 25 25 Los geht's Bohren wir los Wir bohren los Oh ja Sind voll Sirenenstärke Achso Automatisches Öffnen Ja So wir haben neu Oh guck mal Ach jetzt, guck mal die Höhle sieht auch anders aus Oder? Hier auf jeden Fall Das sah Doch Doch Könnte sein So Jetzt wollen wir Titanerz Oh Jetzt buddeln wir mal tief hier Da Man zieht sogar wo wir lang buddeln Aber wir sind einfach mal Pass auf Achtung Jetzt buddeln wir uns da Zack Udrillship Udrillship Und Pass auf 3 2 1 Jetzt 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 Ha Siehste Genau wie ich gesagt Oh Untergrund Untergrund Wir bleiben unten Wir bleiben unten Nein, nein, nein Oh Scheiße Äh Oh Das wird mein Ende Oh Das wird mein Ende Oh Das wird mein Ende Ich mach lieber nochmal Runter 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 Oh Gott sei Dank Ich hab mal testweise bin ich ja mal nach oben gefahren, da explodiert man sofort, wenn er explodiert Das ganze, das ganze Teil ist dann direkt hinüber Wow Kinderspiel Keine Panik Bleiben sie ruhig Hm Guck mal, wir müssen nochmal upgraden Aber nur Bohrer, Dingens und Kette So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal hier Da suchen sie Titanium vorkommen Wir brauchen Schrotflint Wir brauchen Schrotflint-Munition vor allen Dingen Eisenschrauben, Titanium-Bolz Kupferschrauben Kupferschrauben hab ich genug Schwefelpulver Oh, Schwefelpulver Das ist mal Schwefelpulver Und dann machen wir mal Munition So Und ein paar Granaten, man weiß ja nie Horgelung-Toranaten Ein paar So, los geht's Ich hab die Munition vergessen, sehr gut Gehen wir wieder rein Ich bin der Beste Oh, scheiße, jetzt hab ich mal ein bisschen viel Munition gebaut, scheiße Ups Aber die steckt ja ganz gut So Suchen sie einen Diamanten vorkommen Wahrscheinlich zum Forschen Dann farmen wir hier erstmal Da sind sie schon Oh, Mann Oh, Mann Scheiße Oh ja, hier ist auf jeden Fall schon was härter Ja Gehen wir auf jeden Fall mit Nein Ich lad das doch mal nach Ich glaub die Diamanten brauchen wir echt nicht viele Ich weiß es aber nicht Oh, Mann, das ist erbärmlich Oh, Mann Super wenig Wie viel brauchen wir? Einiges Aber wir haben ja Zeit Vielleicht Vielleicht auch nicht Schnell, 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 schnell Wir lassen die Diamanten erstmal weg Und jetzt 60 Stück Die brauchen bestimmt nur zum Forschen Man weiß aber nie Wie? Das ist erbärmlich und traurig Okay, hier haben wir als ein Diamant Na, guck, äh, cool Dann können wir ja noch bei unserem Dingens vorbei Schleller als reinwerfen Und verarbeiten Wollen wir noch heilen Frachtraum Frachtraum Äh, Dampftorpinen Äh, Dampftorpinen Kern, Kern-Upgrade Diamanten Ob wir das machen können Raffinerie Stufe 3 Muss aktiv sein Ja, jetzt geht's auf einmal So, dann brauchen wir Äh, nur ein Diamant Nur ein, wir haben Ja, wir haben ja die Platten Sehr gut, dann können wir das direkt machen Und können arbeiten gehen Äh, das können wir verschrotten, ist ja egal So Ich glaub ich hab Performance-Einbrüche Bin mir aber nicht sicher Und ich hab noch ein bisschen Bisschen Munition Irgendwo hier war das Ich hab mich direkt hier mit dem U-Boot andocken können Meine Güte, und so ein hier So ein Drillship hier holen können Ich glaub das ist am besten So unsere Ressourcen kriegen Ahhhh Boah, hübsches Wasser Boah, da ging's tief runter Kohle haben wir genug Lass mich bloß damit in Ruhe Wenn mir das so ein Riesenerz vorkommen Titanerz Das ist ja echt Mangelware Aber ich glaub viel brauchen wir davon nicht Aber wer weiß Wollt sich einer ein Guck hier, das will ich haben Geht leider nicht Da Da auch Oh, hier ist gut Oh Das haben wir noch, sehr gut Können auch eigentlich zurück ins erste Gebiet fahren Und dann da weiterbauen Und dann da weiterbauen Pullt sich wieder einer raus Bring wieder neue Roboter Roboter Müsst jetzt mal gleich zurück Ja, viele Granaten haben wir hier nicht mehr Ich brauch auf jeden Fall bessere Munition Ich kann nicht mit meiner Anfangsmunition da runter Kann ich schon, ich meine wenn ich genug Granaten habe, kann ich einfach Granaten auf die Typen werfen Ah Volkanoids Das ist nämlich immer ein Faktorium, ich weiß auch nicht Oh, hier nicht Gott sei Dank war ich vorher, ich wollte nicht reparieren, nicht mitnehmen Ach, so Gut Dann müssen wir kurz mit den Frau Schrotter anmachen So So Dann bauen wir jetzt noch den, äh, Dampfturbine Eine Titanium Platte Ähm Wenn wir den schon mal anmachen, bevor wir das andere Upgrade einbauen Wacht ein Modul voll Äh Ne, eigentlich nicht Nicht mehr voll Hat er nicht gebaut, ne? Äh Wir nehmen jetzt mal die Kernstufe Oh je Und wieder Plus Wir sind voll Alles gut Er baut auf jeden Fall Ach ne, jetzt sind wir wieder leer Pass auf, da müssen wir mal gucken Es war halt blöd, das so zu machen Wir machen nachher andere Munition So So, der baut Ich meine Der ist auch erstmal damit beschäftigt Wie viele waren das denn? Das weiß ich auch nicht, oder? 1,20, okay Gut, das haben wir Dann ist noch die Dampfturbine Und dann Haben wir alle Upgrades Maximale Upgrades Dann sind noch die Bohrköpfe dran Und dann können wir Wir müssen sowieso Wahrscheinlich da was holen Irgendeine Technologie Oh, hier sind auch nochmal 3 Technologien drin Ah, dann sind das die Nächsten 3 Bohrarme hier Alter, übel Das wird eine Tortur Ich glaube ich brauche ein paar mehr Geschütze dann Vielleicht hier Hier noch ein Geschütz rein Oder 3 Geschütze Warum nicht direkt 3? Hier 3, da 3 Bisschen mehr Munition Meine Güte, vielleicht schon Ich würde gerne größere Geschütze haben Aber das darf ich ja natürlich nicht haben Scheiße, wir brauchen einen größeren Einen größeren Engine Aber ich warte erstmal bis das fertig gebaut ist Könnte ein paar Sachen ausmachen Also, eigentlich müsste das hier aus sein, ja? Das ist aus, das ist an Ja ne, ich kann das nicht ausmachen Muss jetzt alles durchlaufen Und weiterfahren will ich auch nicht Wegen Dingensmangel Tja, das ist im Wald verurteilt hier zu bleiben Und wie das hier auf der Karte aussieht, wissen wir auch Ich glaube ich baue noch Stufe 1 Ein Stufe 1er Oh, was macht das denn da oben? Das ist ja Banane Da muss noch ein Geschütze Jetzt kommt das hier hin So Komm schon, gleich fertig 490 Los, los, los So, da ist ein Geschütz Da ist ein Geschütz Da muss noch ein Geschütz hin Da ist ein Geschütz Da ist ein Geschütz Dann machen wir noch eins dahin Noch eins dahin Und Munition brauchen wir auch So, machen wir mal schnell Module Wir brauchen Wie wäre es denn mit so einem 3er hier? Titan, Titanium Platten Komm, das machen wir mal Der braucht doch wahrscheinlich so ewig, oder? Aber egal, machen wir mal Boah, ich brauche Forschung 3 Brauche ich wahrscheinlich Brauche ich wahrscheinlich auch Vielleicht macht die Dampfturbine jetzt sowieso ein bisschen mehr Druck Dampfturbine Ermöglicht es natürlich weitere Segmente hinzuzufügen Wow, noch ein Segment, das wäre ja abgefahren Noch eins Alter Schwede Zerstören sie das Laser Drillstrip in der Höhle Alles klar Wir brauchen Granaten Erstmal brauchen wir nochmal Energie Irgendwie Ich blick mit der Balance nicht durch Hab ich irgendwie vielleicht zu viele Schornsteine? Hier passiert nur Wir sind Zweier Pass auf, ich mach das weg Und dann kommt hier Das hin, so Und das Dreier da hin Zur Höhle reise ich noch nicht So, wir brauchen jetzt Munition So So Ein bisschen davon Ein bisschen davon Kupferrohre Kupferrohre Ähm Ich brauche das Titanium Platten Ich werde es einfach gleich bauen, sobald die Granaten fertig sind So So Das sollte erstmal reichen So, dann jetzt Das Schmuckstück hier Und los geht's Reise zu Oh man, wir haben nicht mehr viel Zeit Ne, das lohnt sich eigentlich nicht Drei Zweiunddreißig In drei Minuten Ne, komm wir reisen mal nach 27 Ne, wir bleiben hier Wir bereiten alles vor Blödsinn Blödsinn, wir bereiten das jetzt vor Dann machen wir das gleich in einem richtigen Schwung Ne? Oh, das hab ich noch gar nicht gebaut Entschuldigung So, wie sieht das aus? Ja, drei Schornsteine Naja, ich glaub jetzt haben wir es richtig übertrieben, oder? Weil es gibt immer nur ein Balance von Versteh ich nicht Ich darf nicht verstehen Aber ist egal Wir können auch ein Segment hinzufügen Wollen wir das? Eigentlich ja So Aber eigentlich auch nein So, jetzt haben wir ein paar Munition haben wir gemacht Ist sogar eingelagert Also haben wir das auch Ja, Höhle 33 Gehen wir direkt zu 33 Wahrscheinlich geht das nicht Aber wir sehen's dann Gut, dann machen wir nochmal ein paar mehr Granaten So, dafür brauchen wir noch mehr Schwefelpulver Schwefelpulver ausgegangen Das ist krass Schwefelpulver ausgegangen Jetzt sind wir neben so einem Loch Ach, das ist auch jetzt egal Müssen wir nochmal Schwefel holen Ganze Vulkanlöcher mal abfahren Da ist einer Da bei 30 Und hier ist auch einer Aber ich glaub das ist zu weit weg jetzt für uns Da ist auch nichts mehr Gut, dann gehen wir jetzt direkt mal auf Tauchen Alarm tauchen Hohoho Unser Riesenschiff Eigentlich müssten die dann reinfahren So, dass man aber auch nicht mehr in diese Kabinen rein kann Ja, weil die dann zu sind Weil diese Sachen sich ja einfahren Und so verschwinden die ja theoretisch einfach Oder sie falten in sich zusammen Haha So, wir brauchen ein bisschen Heilung Haben wir nicht genug Wir gucken erstmal gerade Boah, ich glaub mit Granaten haben wir einiges zu Zum Handwerken Boah, wir haben die Munition Jetzt muss ich mal Jetzt fahren wir da erstmal hin Können wir ja unter der Erde da hinfahren Ist ja egal Wir haben jetzt schon mal 42 Granaten Eine Heilung reicht nicht Eine Heilung Dafür brauchen wir Ein Kupferrohr, ein Schwefelpulver Toll Bitte Ist einer über uns? Okay Aha Denn, denn Ach guck mal noch Viermal Heilung, gut Ich nehme jetzt mal eins So, und wieder los So, bestimmt immer der gleiche Das gleiche Loch Wo wir hinfahren Nur auf der Karte wird es anders angezeigt So, und los Pro Diamant Nein, danke Meine Güte Nummer eins Das sind jetzt keine Gegner Bei dem letzten ist es ja direkt 3 Boah, ey Das wird eine Tortur Brauche ich wahrscheinlich hunderte Granaten Ist ja eigentlich dann nur noch lästig Es ist ja nichts mehr Neues Es sind immer die gleichen Bohrer Ich hoffe es ist ein bisschen abwechslungsreich Aber sehr early access Mal gucken, was die da machen Äh, ich hatte eben noch vier Heilungen Jetzt habe ich keine Heilung mehr, das ist blöd Oh man, scheiße Scheiße Das verstehe ich jetzt nicht Das schaffe ich dann wahrscheinlich nicht Ich habe die Heilung dabei Habt ihr den Wurf gesehen? Oh scheiße Oh 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 oh. Den schaffen wir nicht mehr. Dann müssen wir eine extra Runde laufen. Ich habe auch kein Schwefel mehr. Das ist ein Problem. Oh, der kommt... Fahr über deine Lappen rüber. Dass es hier unten kein Schwefel gibt, verstehe ich nicht. Guck mal, hier ist es unten. Nee, das ist kein Schwefel. Hier unten gibt es kein Schwefel. Unfassbar. Oh, Alter, ist das... Geil, die finden wir hier bei den Toten. Ist das gut. Das war jetzt noch Lack, oder? Ich brauche viel mehr Heilung. Ja gut, dann müssen wir jetzt halt Schwefel holen gehen. Können wir noch schaffen in 13 Minuten. Aber ich glaube, ich fahre zu... Zu ersten... Vielleicht zum zweiten. Im ersten Mal so wenig. Okay, machen wir so. Und in der Heilung nix los. Ich will nämlich hier nicht sterben. So. Krass. Gehen wir mal direkt. Äh... Gehen wir mal nach... Scheiß drauf, wir gehen auf 30. 30. Mit euch Willen nochmal... Unsere Dingens. Aber auch ein weitaus mehr Schwefel. Uah! Schwefel, Schwefel. Nö, 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 nö. Schwefel, Schwefel. Nö, 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 nö. Schwefel, Schwefel. Sind wir schon da? Sesam, öffne dich. Wir hatten drei Heilungsteile. Oder war das nur eins tatsächlich? Ich weiß halt auch nicht mehr. Ich glaube, da standen drei oder... Nee, wahrscheinlich... Ach, egal. Taste 4 hab ich halt gelesen, wahrscheinlich. Äh. Wie ärgerlich. Na? Oh je. Und ich fahre mir die einfach alle über den Haufen. Hm? Okay. Unfassbar. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das, oh, weil ich habe jetzt schon wenig Leben. Oh. Da müssen wir hin. Na, Schwefel, Svenja. Oh, hier sind nur Diamanten. Das ist nicht gut. Das ist scheiße. Habe ich gar nicht dran gedacht. Okay, dann reicht die Zeit nicht. Ah, das gibt es doch nicht. Dann gehen wir zu 18. Und schon wieder buddeln. Ist schon cool. Aber stell dich vor, das wäre noch ein bisschen mehr wie ein U-Boot. So richtig eng und überall Rohre. Dampf kommt raus. Ja. Zahnräder. Also, es ist schon sehr geräumig, muss man sagen. Ich meine, wenn man Platz sparen muss in so einem Dingen, dann müsste das hier eigentlich eher diese Größe des Durchgangs nur besitzen. Und nicht diese. Aber gut. Hier geht es ja noch, ne? Hier ist ja gut. Aber das, das da hinten ist zu groß. Mods, Mods, Mods. Oh, müssen reparieren. Bratursatz haben wir doch. Machen wir gleich. Können wir im Moment örtlich machen. Ach, Junge. Komm schon. Wir haben doch keine Zeit. Oh, ich bin sowieso überziehen. Leute, ich musste erst mal aufhören. Das war es erst mal von mir von Vulcanoids. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ja? Dann machen wir erfolgreich den Bohrer da tot, hoffentlich. Also, haut rein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.